Der Feierraum im Tierparkhotel zum 140. Geburtstag am 23. August 2019. Es ist angerichtet, es ist hergerichtet, es wird noch ein bisschen geordnet. Es ist ein bisschen geordnet, es wird noch ein bisschen geordnet. Für die dazugehörigen. Kenntest du noch? Es ist ein bisschen geordnet. 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 Es wird noch ein bisschen geordnet. Ja, das wäre halt so richtig, ja, danke dir. Ja, danke dir. Na ja. Hast du gerade die Hand drin? Ja, machen die Wurzenschätze auch mal zu gut. Kein gewisses Problem, wir können nicht sehr ausprobieren. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut, alles gut. Es ist für mich da. Ja, da ist für mich da. Auch ein Fieber? Nicht drücken, drücken. So ist es besser. Vielen Dank. Danke schön. Danke. 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 Richtig. Es hält überhaupt nicht auf. Nee. Danke. Danke. Herr Rüdiger. Danke. Vielen Dank. 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 Thank you. Vielen Dank. Thank you. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. 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 Thank you.